Willkommen, liebe Freunde von Modellpilot.eu. Wir haben heute die Ehre, am Stand von Multiplex zu stehen und Hightech. Und neben mir steht Dieter Wörner. Er ist der Kopf des Ganzen und weltweit bekannt für seine Art und für seine Philosophie, die er trägt. Und da ist auch gleich die Frage, lieber Herr Dieter Wörner, erstmal danke schön, dass wir hier sein dürfen. Gerne, gerne. Und sagen Sie mal etwas über die Philosophie, die sich ja über Jahre hier etabliert hat. Ja, der Kern im Hause Multiplex, die Idee, die hinter Multiplex steckt, ist immer neue Produkte, innovative Produkte im Bereich Fernsteuertechnik, aber auch im Bereich Modellflugzeuge für den Modellsportmarkt zu entwickeln. Das hat Multiplex seit über 50 Jahren getragen und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass das Multiplex auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten tragen wird. Dazu setzt Multiplex ganz klar auf Kontinuität, auf ein bewährtes Team, auf Kontinuität, aber auch gegenüber den Fachhandelspartnern und gegenüber den Modellfliegern, die seit Jahren und Jahrzehnten treu zur Marke Multiplex stehen. Ein schönes Wort. Dankeschön. Wie lange gibt es jetzt Multiplex schon? Multiplex gibt es dieses Jahr seit 56 Jahren. Letztes Jahr haben wir ein großes Jubiläum gefeiert, 55 years, 55 Jahre Multiplex. Dieses Jahr das 56. Jahr. Und auch dieses Jahr ist wieder geprägt von neuen Produkten, innovativen Produkten, die in ihrer Form und Art eben ihre Steiche suchen. Ja, also erstmal dafür Dankeschön, dass wir das auch in der Modellflugszene so kontinuierlich miterleben durften von klein auf. Und ich hoffe, dass es da Multiplex noch in den weiteren Innovationen in der Zukunft zeigen wird. Auch in diesem Jahr. Ich werde mein Bestes dafür tun. Und ich bin sicher mein Team auch. Ja, danke schön. Gerne, Herr Börner. Und zum Schluss für unsere Gemeinschaft Modellfliegen ist? BZ. Jawohl, danke schön, Herr Börner. Gerne. Gerne, Herr Börner.